Johnny Depp war verletzt und besorgt. Deswegen warnt er seine Kinder vorher in Bezug auf das, was in der Presse über ihn und seine Ex-Frau Amber Hart veröffentlicht werden würde. Seine Botschaft war aber nicht nur eine Warnung, sondern auch eine Entschuldigung für alles, was sie sehen würden. Und natürlich war es nicht nur er, den es treffen sollte, sondern auch seinen gesamten engeren Kreis, der unter den Geschehnissen leiden würde. Johnny war am Boden zerstört, als das alles herauskam. Die Welt ist für ihn völlig zusammengebrochen. Es dauerte nicht lange, bis die Anschuldigungen auf den Titelseiten von Hunderttausenden von Medien in aller Welt waren. Johnny Depp hatte Amber Hart missbraucht. Und es gab absolut keine Zweifel daran. Was danach passiert, ist bereits eine bekannte Geschichte. Der Schauspieler begann Rollen zu verlieren. Die Agenten suchten nicht nach ihm. Und keine Produktion war bereit, erneut mit ihm zu arbeiten. Seine Karriere war am Boden. Ich denke, dass es die Welt zu verändern, wenn man sich in den Augen der Welt Es ist eine sehr, 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 sehr. Aber die Welt zu müssen die Lage sind, wenn man sich in der Gesellschaft ist, die man sich in der Raum hat. hat sich in der Welt zu machen. Und das ist die Welt, die sich in der Welt verliegenden, die sich in der Welt zu versp实en wird, die sich in der Welt zu beenden. Felt like it was incredibly cruel and treachery, I felt it was treachery, it was, uh, I don't know if she wanted me to just be erased or drop dead or, or, or just, uh, let me stick around and allow her to ruin my life. Thank you so much for watching.